Oh 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 Ich fürchte wir sind wieder kurz davor entdeckt zu werden Oh 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 So Basis erobert Was wird uns gesagt Ja man Unentdeckt Ich bin doch echt ein Profi Ein Experte Glaube ich Oh wir machen die eine Tieraufgabe Noch schnell Neu gesucht Todaufgabe Aha Achso wir sollten uns mal die Pflanzen hier mitnehmen Weil wenn wir uns die Pflanzen nicht mitnehmen Dann können wir uns auch keine Spritzen machen Dann müssen wir die immer teuer kaufen Ich glaube für 100 Dollar das Stück Äh ist nicht gut So Da hinten Mitnehmen Rot nehmen wir auch mit Ach ne gelb war das Wir müssen nämlich Stinktier auch mal wieder machen Wir machen Stinktier Da ist ein Hund Wo ist ein Hund Da Ein Hund Erwischt Der hat uns erwischt Er hätte fast Meine Dings hier Niedergemetzelt Der böse Hund Böse Böse So wir nehmen uns das mit Und dann machen wir schnell noch Nicht die gesucht Todaufgabe Sondern die andere Wie heißt denn die Jagdinstinkt glaube ich Rostige Posaune Alter wer Lässt da eine rostige Posaune liegen Ey ist Posaune Habt ihr jetzt nicht verstanden Braucht auch nicht Okay Ist Posaune So hier war aber irgendwo noch Ne Fahrt des Jägers Aufgabe Ne gesucht Tod Na egal Dann machen wir die noch Und dann beenden wir das auch für heute Weil es sind ja noch ungefähr 5 Minuten Bis ich eh aufhören wollte Und da kann ich eben Minecraft freigeben Und die Folge anfangen zu rendern Zu rindern Mö 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 Ja so ist das Gelb Wir brauchen auch weiß Boah Entschuldigung Leute Boah Mich schüttelt es überall grad Und da hinten ist Hä Was ist da Ach gesucht Tod Genau Gut dann versuchen wir Ah ist ja einfach Das sind ja nur 2 Einmal so ein schwerer Ah und ein Sniper Okay Und noch ein Sniper Okay das macht das ganze schon schwieriger Konzentration Okay Also machen wir es doch anders Der ist hinüber Ja mal gut dass man nicht anhand der Einschusslöcher sieht Von wo aus geschossen wurde Da ist noch ein Sniper Da muss noch einer sein oder Ich hab noch einen gefunden Kopfschuss Kopfschuss So jetzt gucken wir Erstmal bei Fähigkeiten Schwerer Ah schwerer Niederschlag Geht noch gar nicht Achso Ja ist ja lustig Seilrutschen Schütze Sturmgewehren Mit Sturmgewehren Aus der Hüfte schießen Tod von unten Okay Ja wir müssen ja Irgendwelche Fähigkeiten nehmen Okay Fähigkeiten haben wir aufgebraucht Fürs erste Du bleib bitte stehen Da hinten Noch ein Sniper Nein Sag nicht da ist noch einer Und wir haben die ganze Zeit Immer so kleine Aussetzer Da ist noch einer Oh oh Jetzt haben wir uns verraten Okay Dann können wir auch drauf losgehen Wie sonst was Hey Du kannst mich nicht mehr treffen Der ist Außerhalb der Sichtweite Obwohl jetzt sieht er mich ja wieder Leck mich doch Sagt er Sei ein Frosch Und zeig dich Patz Also Von vielen Scharfschützen beschützt Auf jeden Fall Das ist schon mal interessant Habe ich glaube ich noch nie gemacht Die Tod Gesucht Todaufgabe Ich weiß es nicht So im letzten Durchlauf So Dann werden wir die eben kurz noch töten Und dann sind wir auch gleich fertig Schießt auf die Reifen Schießt auf die Reifen Hier sind doch keine Reifen Oh oh Okay der ist hinüber So 240 Erfahrungspunkte Das heißt Wir haben jetzt Hingekriegt Dass wir hier Nochmal einen Fähigkeitspunkt haben So Kannst du mir deinen Brief geben Danke Brief Und hier ist eine Kiste So Wir nehmen nochmal weiße Blätter mit Und rot auch noch einmal Weil wir werden mit Sicherheit Hier diese Super Spritzen noch brauchen Was wir jetzt machen werden Ganz ganz kurz Dahin Ganz schnell Ganz kurz Hindüsen Herstellung Erforschung Sprintschub Rennen Hä? Erforschung Sprintschub So Und flitzen 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 Oh Gott Liegt aber ziemlich hoch Dieser Funkturm Aber noch relativ weit in der Nähe Äh relativ in der Nähe Relativ nah dran So Und dann sind wir nämlich gleich fertig Für heute Schwimmen Wie schwimmen Wie schwimmen Wie schwimmen Wie schwimmen Ist das ein Hai? Ein Hai Baby Hai Dümdüm Ja klar Hast ja auch nichts besseres zu tun So Sind gleich beim Turm Wo ist das Türmchen? Da hinten ist es Da ist es ja Wo ist das Türmchen? Da ist es ja Hier gibt es dann übrigens auch die anderen seltenen Tiere Ich glaube den Einhornbüffel haben wir schon Wir haben aber Ich glaube den goldenen Tiger haben wir auch schon Den menschenfressenden Hai haben wir auch schon Wir haben aber noch nicht den unsterblichen Bären Der war auch heftig Der ist heftig Müsst ihr euch mal reinziehen später Den müssen wir glaube ich Ich weiß nicht ob wir den messern müssen So Ja wie kommen wir denn da rüber Ah da rüber Und einmal rüber Und einmal hoch Und dann sind wir gleich An unserem Ziel angekommen Das heißt dann sind wir auch fertig für heute Mit dieser Aufnahme Hat was Und klettern Da geht es nämlich in die Stadt In die Zeller Innenstadt So Und wo ist es? Da sind wir Neues Gebiet freigeschaltet Und Fertig für heute Ups So Werden uns wieder die geheimen Orte gezeigt Und Es wird gespeichert So was kriegen wir diesmal als kostenlose Waffe? Na Die 44er Magnum Ist kostenlos verfügbar So das heißt Wir machen unsere Spritzen nochmal ein bisschen voll Erweiterte Wahrnehmung Feuerfest Eine Sprintschub Und damit werden wir hierfür Hiermit fertig So Das haben wir fertig Und Fähigkeiten Wir sollten uns nochmal eine andere Fähigkeit nehmen Tierflüsterer Beute Takedown Das machen wir als nächstes So Und sind fertig für heute Wir werden das Ganze jetzt einmal abspeichern Dann Werde ich mir noch ein Cappuccino gönnen Und Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Bis zum nächsten Mal Ciao